einen wunderschönen guten abend ihr lieben halli halli hallo die bounty die oben links ist wir feiten darüber und entweder du gehst mit der bounty raus oder ohne oder du stoppst du kriegst jede nach jeder runde kriegst du einen kostenlosen charakter aus dem shop oder du kannst dir mit hand dollar die du dir halt in der runde verdient auch charaktere kauft oder nicht kaufen sondern halt hier beauftragen dass sie halt sie halt an quasi und dann gibt es natürlich noch legendäre charaktere starten halt am anfang schon mit drei eigenschaften währenddessen normale charaktere halt mit gar keiner eigenschaft daten ja ich ja auch fack also eben im limit für klein joshi wenn joshi braucht hilfe in dieser nacht hier oben ist es nicht mehr so will also was pferde du siehst halt oben links sie siehst es nicht weil ich meine käme ist davor ja das sind richtig spieler sind das foxy siehst du halt wie viele hinweise du schon gesammelt hast du musst halt jeweils drei hinweise sammeln dann wird der genauer ort des bosses auf der karte markiert dessen trophäe du rausholen sollst es gibt hier nur an es gibt keine npcs quasi als hunter die npcs sind halt die zombie du bist halt in einem zombie apokalyptischen western szenario hier geht es nur darum zu ballern zu ballern und zu ballern naja wie halt im westen ist genau richtig mit wilden arin immer weiter nach osten würde ich sagen wir gehen nach osten in osten sind die weiber schön ich probiere jetzt mal nebenher das geben aus was ich über eure punkte geholt habe viel spaß also game of life ist wirklich cool macht echt viel spaß so eine luftbox das sind da oben so eine box hier wo du so spritzen und sowas kriegen kannst eine grabbelbox game of life ist super ja das hat echt viel spaß gemacht ich habe das gestern mit ara gespielt drei stunden oder so weiß cool ich kann sich mal mitnehmen ach weil ich schon mit damit genug dabei haben das ist halt so schenke gut kamerad wo geht man hin elican island er zu dings darin oder zu darin 39 watschel freunde mit vor mal die dankeschön vielen vielen lieben dank für deinen raid ein host dankeschön 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 wie war euer stream wie geht es euch alles gut bei euch dieses wird keine da hallo ich ja miss vielgut ibarro jula cat hallo ich nie alle und hallo ich bin mati herzlich willkommen zu hunt showdown in einem zombie apokalyptischen western shooter ja hier seht ihr eins 1a game play also heute ist das gameplay echt sarnig muss man an der stelle echt mal und selber auf die schulter klopfen heute sind wir ein bisschen on fire alles bestens bei euch bei uns ist hallöchen und hallöchen eugen bei uns ist auch alles bestens hast du da noch einen stream gestartet heute ich wusste martin nicht ob er heute startet also gestern wo ich noch dabei war dieses vielleicht sagen wir mal ein war dies kfc red kfc oh ja jetzt auch bock kfc hallöchen schibina hallöchen red power kfc hätte ich jetzt nicht so bock war es bei uns nicht so geil na bei uns also wir waren einmal hier an dem kfc der hier neu aufgemacht hat und für mich persönlich war es enttäuschend dafür dass ich das allererste mal kfc gegessen habe war es halt echt eine bittere enttäuschung muss ich halt einfach mal so sagen es hat halt so ein bisschen kfc geschmälert gib mir reeves hin naja holy moly kfc hat irgendwie nicht durchgehende gleiche qualität leider ja also ich hatte mir auch ein bisschen mehr erhofft bei uns hier in dresden leider jetzt neu aufgemacht vor kurzem und dachte mir okay gehen wir mal also es war lecker aber jetzt hat mich jetzt nicht so ganz vom stuhl gewuppt kai dolein schlaf gut schlaf schön träumen was schönes stört morgen gut in den dienstag rein dankeschön fürs reinschauen fürs mit dabei sein bis bald da spieler da spieler wo oh ne ich bin dead ignore risky wo denn ich habe es gepinkt also da an der mauer war der in so einem braunen kittel rot wir haben braunen kittel naja der mensch der mensch vater vater unser war das naja der war bestimmt nicht allein ne ich glaube nicht aber vater unser hat auf jeden fall bock was hab ich denn hier für ne kacke waffe verdammte axt äh ich mache hier null damage mit diesem schrechtskack hier kann nicht wahr sein also ich pass auf ne naja das ist doch echt lächerlich hier bin ich auf mein bett gute nacht groby dankeschön fürs reinschauen und schlaf schön und bis bald dankeschön dankeschön groby schlaf gut so wo ist jetzt hier sein kompaner aber jetzt sind wir looten den mal wie immer ich auch hab ich gelootet weil ich das ohne arme sau dir kann sein wenn man aber man aber es nicht wenn ich gerade nebenstehe hallo mein name ist joshi und ich zünde gerne menschen an heute gibt es frische vaterschenkel ihr lieben ich muss leider auch schon los schönen abend euch noch mal die dankeschön für deinen raid host und für dich da gedrückt und haben einen schönen abend bis bald tschüssi genau dankeschön matti schlaf gut nachti wir müssen oben den die bounty noch einsammeln der brennt ne der brennt oder brennt räuschen okay ich geh hoch mit mir rückendecken dann sind auch noch beschenke hier herr der hier gab es so viele schüsse die können mir doch nicht erzählen dass halt hier niemand eine bounty hat können die mir hier doch nicht erzählen hier wir wissen jetzt wo wir wo ist er gerade direkt in der mitte denen sind noch geschenke die würde ich genau mitnehmen was du das ja so ich habe die geschenke eingesammelt in den fetten noch mitnehmen in den fetten reinhase sorry sorry aua scheiße aua dickes problem wuuu maman wo kommen denn jetzt diese fliegeviecher her von hier oben kommt doch in das heidel dort hier ist heidel ich bin ja wenn ich jetzt den angeschossen habe hier ich bin bei mir ist keiner Gibt's da auch eine? Mann, oh Mann, Leben am Limit, ihr Lieben, Leben am Limit. Alright, wollen wir hochgehen? Gehen wir. Ich möchte Ihnen vorstellen, dass jetzt keiner die Bounty gemacht hat. Wurde echt super viel geschlossen, ne? Oh, irgendwo... Achso, da vorne. Irgendwo explodiert's. Oh, jetzt wird hier geballert. Ja, ein Bounty. Oh, unbedingt ne Munition. Ich da, ich da nicht. Was sind die Muni? Hä? Normale Muni? Jaja, normale. Können wir hier schauen kurz. Wie viel Schüsse hast du denn noch? Ja. Sieben oder so. Ist natürlich gar nichts. Ja, okay, der Muni. Lange Munition, aber ich glaub, die brauchst du nicht. Was ist passiert? Ja. Was ist passiert? Die Frage ist halt, wollen wir lieber noch ein bisschen savey spielen und noch ein bisschen looten, oder? Können wir mal gucken. Hier gab's ja wohl eine riesige Schießerei. Hier noch kurzes Geschenk mit. Hier gab's jetzt nur wieder eine Schießerei. Aber warum machen die die Bounty nicht? Frage ich mich. Wissen Sie, da ist ja noch... Wird geschossen. Ja, die von da hinten. Ja. Wo hat jemand? Da ist gestorben. Wird geschossen? Ja, die von da hinten. Hä? Wie machen die? Die nehmen die Spinne auf. Wer hat eine Crown & King, oh Gott. gar keinen bock immer raus wir können halt also ihr beide können da drin nichts machen weil der wird uns halt einfach weg jeden gehen wir einfach raus oder kurz warten wie viele von denen noch da wieder jemand ist gestorben ja wahrscheinlich das zweite team mehr brennt hätte darin die leichen ab ich weiß es nicht entweder man wartet halt eine crown und king nicht einfach so überraschen die dreht sich halt um schießt und du bist tot dann jemand einfach absoluten und dann raus okay das ist nur einer und dann können wir die bounty mitnehmen dann machen wir mich halt wo die anderen leichen sind so viel geschossen wurde müssen doch so viele leute schon tot sein und hat das überhaupt noch einer lebt wenn der eine mönch ja wohl ja auch wahrscheinlich nur entkommen ist aber da ein ausgang ja guck mal da unten ist sogar überall der ausgang wir können ja gucken hier an der stelle wenn jetzt zwei looten wenn wir safe nur einer looted natürlich die kunst der stunde ausnutz klang halt nur noch einem da drin kann sein weil ich bin wieder so praktisch wie die anderen das hat einer irgendwie umher crouch und nichts macht heute alle abzusnacken waschen einer sammelt 2 2 damit ok da kommen hier unten naja wo wird schon beschossen kriegst du mich von der seite kommt gut zeit Was rennst du denn hier? Ja, der mich einfach... Ich muss ja erstmal mich irgendwo heilen, Hasi. Renn einfach zum Ausgang. Komm mal, wir gehen zu dem seitlichen, okay? Zum Bolden. Genau. Alter, hat er mich weggeheatet. Holy shit. Ich wusste halt nicht mal von wo. Bleib not, oder? Ich hab mich halt schon wieder wegen der dummen Aktion tot gesehen. Bei dem Schuss. War echt ein guter Schuss. Der war richtig guter Schuss. Der ging halt direkt in den Kopf, ne? Man muss man auch einfach einen taktischen Rückzug. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt meinen Charakter verlieren. Aber trotzdem eine gute Runde. Ja, das stimmt. Hier haben wir noch einen Wagen. Ja, komm mal. Oh. Du schossen? Ah ja. Darfst du's? Also, bis du da bist? Wahrscheinlich nicht, aber du kannst ja dann anfangen, wenn ich da... Gehen auch raus. Dauer. 20 Sekunden. Liste fertig. Was denn für ne Liste, Arak? Boah, sie? Geh ein bisschen zurück. Komm ein bisschen näher. Die können nicht von deinen wegsnipen, ne? Ah ja, wir haben uns in der Dordepäuze. Der hat schon geschossen.